Werde ich auch irgendwann so mutig sein wie du? Weißt du noch, als du das Rehe schießen solltest und du Nein gesagt hast? Das war mutig. Wie kommst du voran? Es ist fertig, wenn sie 16 wird. Mr. Logan, die Situation Ihres Sohnes ist ernst. Und damit meine ich, dass, wenn er noch einmal vor Gericht erscheinen muss, er aus Ihrer Obhut genommen wird. Corporal. Woher wusstest du, wo ich wohne? Ich hab dich überwachen lassen. Ich brauch deine Hilfe, Kumpel. Ich bin nicht interessiert. Hast du die Sache mit Tony McMahon ist vergessen? Ich hab das getan, weil du mein Bruder bist. Gehst du jagen? Alles wie immer, Corporal. Ja, Sir. Ned, alles gut? Es ist nicht hier! Du bist Soldat. Du hast getan, was du tun musstest. Schaufschütze! Ja, stopp! Ich frage mich nur, ob es da draußen noch jemanden gibt, der die gleichen Fähigkeiten hat wie du. In was genau hast du mich da reingezogen? Du schuldest mir mal! Du wünschst dir, sie wäre noch hier und nicht ich! Willst du wissen, warum ich weglaufe? Weil du mich verdammt noch mal nicht willst, Ed! Wir sind alle nur Menschen. Wir sind nicht unbesiegbar. Wir halten nur den Spagat zwischen Mut und Angst. Stell mich nicht auf die Probe. Es endet jetzt.